einen wunderschönen guten tag zusammen wir hatten in letzter zeit ein bisschen spaß mit dem router os und haben auch bei mir hier in meinem home lab hier noch mal ein bild falls ihr es nicht kennt auch einiges rumprobiert und das wichtigste was ich euch jetzt einfach mal zeigen will ist wie einfach man wenn die protokolle gleich sind ihr wisst dafür haben wir protokolle dass die hersteller unabhängigkeit eben gleich sind dass man das einfach integrieren kann relativ schnell wichtiger augenmerk worauf wir jetzt erstmal eben schauen ist ihr seht ja hier ich habe auf meinen zwei kern routern beides jahre schruter ich sage direkt schon mal die end schruter haben halt ebenso ein bisschen älteren software stand sage ich schon mal vorher haben wir ja das protokoll vrp lauten virtual router red und dann zieht protokoll darüber habe ich meine geld welts die schwenken gehen nachdem wenn man ein edge router 12 zum beispiel ausfällt oder ich den reboot wie auch immer schwenken ja die master ip adressen rüber zum der x kann man hier schön brav sehen ich habe mich hier auch einfach mal eingeloggt und da sieht man also auch wirklich diese ganzen ip adressen mit einer 1 ich hoffe dass es für euch hier groß genug mit einer 1 das sind alles ip adressen die ja wie soll ich sagen mittels vrp mittels master in backup und so weiter hin und her schwingen und ich habe mir jetzt gedacht gehabt ist klar lass uns doch einfach mal unsere schöne mikrotik karte nehmen und das ganze dort integrieren denn es ist natürlich ja ein protokoll was natürlich auch im router us gesprochen wird einfach nur so zur veranschaulichung wie einfach das doch geht einfach mal andere systeme zu integrieren muss keine router us sein kann auch ganz was anderes sein was halt eben vrp gehabt aber in dem falle jetzt einfach mal an dem router us denn da zeige ich euch gleich noch ein paar tipps und tricks und was man so machen kann und so weiter und so weit also wir haben schon mal ich habe ein bisschen vorbereitet im endeffekt ich habe zumindest schon mal die wlan angelegt fürs labor das netzen nutzen wir jetzt ja einfach wir sind ja jeder testumgebung test video youtube wie auch immer habe ich sozusagen das wlan angelegt nichts spannendes wieder liegt hier einfach an labor netzwerk und auf meinem physikalischen port sfp 1 router zeige euch auch das ist ja ganz normal da das ist mein physikalischer port der einfach auf der pci kiste drauf also sozusagen der port 1 deswegen habe ich ihn hier einfach sfp 1 genannt da liegt einfach das wlan drauf das wlan namens labor unterstrich auf 40 ich mache ja sowas immer damit ich nachher im monitoring sehen kann okay über welches interface reden wir denn überhaupt da kann man nämlich immer dann schön erkennen es handelt sich dann um wlan 40 gut wieder an 40 haben wir anliegen haben eine ip-adresse einfach darauf geschmissen hier address list ip-adresse darauf auf labor 40 machen mal schnellen test einfach mal ein ping und pingen wir einfach mal dieses schöne gateway was wir da haben einfach mal an wie wir sehen mein netzwerk lahmarschig wie nix 0,168 0,18 millisekunden brauchen wir bis zum gateway das nicht schon langsam auf jeden fall netzwerk funktioniert das heißt wir sind zumindest schon mal mit dem ding in dem netzwerk drin nichts spannendes einfach eine ip-adresse angelegt einfach wieder angelegt nichts besonderes routen tut er sowieso über die ganz normale routing liste die machen wir jetzt auch mal auf ip route da haben wir da sehen wir auch ich habe irgendwann mal händisch hier 0 0 also den standarden default gateway einfach eingetragen mich ein bisschen internet habe und da seht ihr hier auch die 40 0 über das labor netzwerk und dhc heißt einfach dynamic steht glaube ich dynamic active connected also es ist einfach dynamisch es ist aktiv und es ist direkt verbunden also sozusagen dhc so nennt es jetzt router us haben wir eingerichtet unsere standard sachen die wir brauchen sind da was wir jetzt wollen ist ganz normales vrp so wie wir es heute eben sprechen wir einfach hinzu jetzt finden natürlich wieder irgendwie einen triftigen namen wir sagen jetzt auch einfach wieder labor unterstrich vrp 1 sage ich jetzt einfach mal damit ich überhaupt wieder namen habe wie gesagt diese namen tauchen hat eben überall im monitoring in den snmps und sonst was auf deswegen gebe ich euch immer den raten nimmt dann vernünftigen namen jetzt kommen wir hier zum wichtigsten überhaupt jetzt ist die frage auf welchem interface wollen wir überhaupt das vrp sprechen natürlich auf meinem wlan was wir vorbereitet haben dann haben wir hier meine wlan oder virtual router wie auch immer ist hier natürlich die 40 weil ich bin natürlich passend da drin einmal kurzer quervergleich damit er mir auch glaubt im konflikt um im edge router einfach aufs bonding auf mein bond auf das wiff 40 dann haben wir unten vrp vrp group und das ist die gruppe 40 hier haben wir auch die einstellungen wie sehen wir jetzt hier müssen wir jetzt natürlich quasi nachbauen auf unserem router us und das tun wir jetzt hier und hier haben wir auch schon die virtual address hier wissen wir hier haben eine priority von 200 das soll auch erstmal so bleiben und wir haben hier ein preamp das heißt ja er darf die ip-adresse übernehmen und so weiter und so weiter das ganze müssen wir natürlich ihnen jetzt hier ein bisschen beibringen also vrp 40 haben wir priority 100 ich stelle die mal extra auf 50 niedrig damit wir bloß nicht die ip-adresse jetzt kriegen sondern hier als backup bleiben jetzt gibt es schon was spannendes weil ich habe das ganz natürlich schon ausprobiert das router us ist ziemlich schlau das redet sogar mit mir ich habe hier ein intervall von einer sekunde und beim router us steht drin ein intervall von fünf sekunden wenn ich das gleich aktiviere wird mir sogar melden immer alter deine gegenseite meldet aber fünf sekunden und du willst ja eine sekunde ich will das jetzt hier auf jeden fall mal erzwingen so jetzt habe ich was gelernt weil wir natürlich für eine stunde meines lebens gekostet hat ja wie soll ich sagen router entschuldigung hier wie heißt das us schmeckt oder wie auch immer oder was auch immer was habe ich eben schon mal gesagt ist halt ein bisschen älter wir benutzen hier und da hat da bin ich auf die nase gefallen einfach eine version 2 wähle ich hier nicht version 2 aus bei meinem vrp im router us weil ich immer wieder auf die nase und es funktioniert nichts so das war es eigentlich schon connection tracking brauchen wir nicht skripte wollen wir nicht ausführen das ist hier nur status und traffic damit wir auch was sehen mehr gibt es hier erstmal nicht zu sehen normalerweise würde ich jetzt auch erwarten dass ich auch jetzt gleich erst mal noch eine rote meldung kriegt aber wir werden sehen einfach mal apply drücken und es ist schon mal rot wir haben hier irgendwas mit invalid mal gucken ob er noch irgendwie was mehr meldet das werden wir gleich sehen irgendjemand geht mir gerade auf meiner auf meinem handy auf dem sack aber nein meldet ihr nichts was müssen wir als erstes machen eine ip-adresse hinzufügen weil wir brauchen ja diese 41 ip-adresse machen wir gehen wir zu unseren adresses hinzufügen 122 168 41 24 und die legen wir natürlich auf unser labor vrp 1 weil das ist ja die ip-adresse die hin und her schmecken soll also los geht's ip-adresse hinzufügen miss konfigur da habe ich die nachricht die ich haben wollte und hier steht sogar von wo man diese informationen erhalten hat ist das nicht cool der sagt mir im endeffekt ich habe ein paket gerade bekommen von der 40 254 ist der edge router wo drinstehen du hast hier was miss konfiguriert er hat er hat gerade eben hier sogar die meldung da guck mal habt ihr gesehen da müssen wir warten wie viel ändert sich zur drei also er bekommt das sogar von beiden routern mitgeteilt alter das stimmt war nicht ne der intervall ist hier anders als auf der anderen seite sehr strange gut dann gehen wir hier die 5 erst haben will und wir sagen apply jetzt sollte er sich eigentlich nach und nach resetteln achtet mal drauf gleich wird wahrscheinlich so langsam mal alles grün und rot wird die zeile rot bleibt natürlich um Gottes willen die bleibt natürlich weil wir einfach ja das ganze nicht übernehmen werden wir werden natürlich das ganze nicht übernehmen irgendwo werden wir auch mit sicherheit gleichen status sehen wenn dann auch irgendwann mal was ankommt ob wir jetzt gleich master oder slave sind normalerweise hätte ich jetzt eigentlich schon erwartet oder ich habe mal wieder ein fehler gemacht war mal wieder vorkommt so was ist denn jetzt hier so war man hier priority 50 vr die 40 sieht doch alles gut aus warum meckerst du mich hier noch an hat er doch gemacht man nur ein anzeige back oder so guck mal hier unten rechts da steht jetzt ganz normal backup ich glaube mehr sieht man auch gar nicht unter status sieht man nur wie häufig der link ab in daumen gegangen ist ansonsten sieht man hier leider gottes jetzt erstmal so nicht mehr sondern einfach nur status backup das wird man mit sicherheit jetzt werde ich angerufen ich kriege die krise wird man das mit sicherheit auch hier irgendwo sehen ansonsten kann man das immer ihr kennt unter show columns gibt es bestimmt hier gibt es erstmal intervall und dann gucken wir mal backup und master keine ahnung was er uns hier so anzeigt bin ich blind und backup und master leider nein da auch leider nein gucken wir noch mal rein show columns vielleicht über sie ist auch einfach gerade für menschen mode ist vielleicht interessant txvr die aber den status jetzt aber ich bin wahrscheinlich auch gerade blind ist auch erst mal egal wir sehen auf jeden fall jetzt erst mal status backup wunderbar haben wir jetzt wollen wir natürlich einfach mal chef spielen oder ich würde sagen wir über die sagen einfach mal ich bin chef also irgendjemand geben hier hat richtig hart auf dem sack mit meinem handy hammer 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 hart so also priority schieben einfach mal hoch auf 205 damit sollte er chef werden und ich sage einfach mal apply so apply dauert natürlich werden wir schließlich ein intervall von fünf sekunden eingestellt bis die sich ein bisschen unterhalten haben bis das ganze so ein bisschen durch ist sollte dann ja auch die ip-adresse irgendwann hier ab und running nehmen weil er sich und jetzt ja mit den anderen beiden kollegen so ein bisschen unterhält naja gut okay da warten wir mal ab noch steht er hier auf backup und noch hatte hier während ich euch zu laber hat das natürlich gemacht schwupps steht hier und master schwupps ist die ip-adresse hier unten schwarz geworden 40.1 und jetzt ist die 40.1 natürlich local irgendwie verfügbar wenn ich jetzt wieder in mein ping reingehe werden wir wahrscheinlich genau nicht ganz wir haben natürlich deutlich niedrigen pink wir müssen jetzt nicht mehr über diese langsamen kupferleitung gehen sondern wir pingen uns halt eben sozusagen selber an und damit ist einfach quasi der beweis schon da ich kann das vrp ganz normal über über den edge router zu einem router us rüber prügeln und die drei sind jetzt ja drei im bund im endeffekt wir kennen ja jetzt das bildchen hier ich habe ja jetzt zu dem router hier oben und zu dem router hier unten einfach ein router ist mit dazu geschoben was in bieland 40 unterwegs ist und jetzt unterhalten die drei sich im endeffekt wer jetzt hier chef im ring wird und das ist jetzt gerade ganz normal das router us geworden so schieben wir also wieder zurück er soll gar nicht der chef sein finde ich nämlich doof weil die ist nämlich gar kein internet auf der kiste und das wollen wir nämlich jetzt noch ändern ich werde nämlich jetzt mit euch zusammen einfach mal eben das waren einrichten temporär um einfach mal zu sehen wir geben dem kiste der kiste einfach meine waren ip-adresse dafür nehmen wir hier meinen dsl und model hier einfach mal ein bisschen rum also einfach mal dabei bleiben wird spannend ich rufe jetzt erstmal mit meinem handy eben zurück doch stunde später habt ein bisschen rum telefoniert aber ich habe schon mal vorbereitet wir haben ja gesagt wir wollten uns um das waren kümmern mit meiner dsl strecke jetzt sieht man hier auf port 14 kommt hier mein dsl direkt aus meinem modem direkt aus meinem modem das ist der switch wo das modem auf port 14 reinkommt ihr seht hier p 14 dsl und geht hier auf das wlan 101 hier unten wo dann auch drin steht antecht port dp 14 dsl sagt das heißt also jetzt da kommt das liegt das jetzt ganz normal dass dsl an es wird ja auch über meine kompletten ab links strecken ganz normal versorgt das heißt es sollte rein theoretisch auch auf meinem switch hier unten irgendwo bei dem hier ankommen da haben wir wlan 101 kommt hier über irgendeine ab links strecke kommt das ganz normal hier an und ich habe das jetzt hier auch schon mal auf die pci karte mit drauf geleitet das heißt ja wlan id 101 kommt also bis zur pci karte ganz normal unten an so das war jetzt halt eben der verbindungsweg ich musste den kurz durchgehen wer das noch mal sehen will hier ist es ich kann es euch einmal auch zeigen hier oben ist das modem das hängt mittlerweile gar nicht mehr am edge runter sondern hier am switch von dem switch geht es natürlich den ganzen weg nach unten auch den anderen switch und von dem switch aus geht das dann sozusagen das ist natürlich nicht im bild zu der pci karte über den 10 g interface und das war im endeffekt der weg hier von switch nummer 1 zum switch nummer hier auf den hier switch mt 01 das ist dann diese kiste hier und von dieser kiste hier kommt das wieder in 101 an und geht zur pci karte das heißt auch der pci karte router os können wir uns dann jetzt ja schon mal das wlan 101 einfach mal gemütlich rein pfeifen da sagen wir jetzt einfach mal dsl und sagen wlan 101 sagen wlan 101 und sagen einfach mal okay jetzt passiert ja erstmal gerade gar nichts außer man vielleicht schon mal so ein paar pakete ankommen was habe ich natürlich gemacht fehler ich muss natürlich den richtigen physikalischen port auswählen wo das wieder noch mit mir ankommt so da flitzen auch schon mal ein paar pakete hin und her natürlich kommt da gar nichts wahrscheinlich muss ich auch gleich das dsl modem neu starten aber was wir jetzt machen wir haben ja schon gelernt gehabt dass dsl wenn das aus dem cool modem hier habe ich sie ja wo sind sie hier die red deck modems coole geschichte kann ich nur mal empfehlen modems von dem etik braucht man einfach nur der cp server aktivieren und dann geht das und das heißt der cp kleid schon kleid das heißt wir sagen hier einfach ip der cp client fügenden client hinzu können wir lassen sagen einfach nur wlan 101 und sagen default gut auf jeden fall jetzt weil das soll ja mein internet sein und sagen einfach mal okay so jetzt ist er schon im status searching und suchen jetzt ist die frage ob er jetzt was kriegt oder ob ich das modem neu starten muss es kann nämlich sein dass der halt eben das nur raus pusht mit seiner public ip adresse wenn ich das modem einmal neu starte weiß ich nicht ich warte einfach mal eine sekunde ab und dann sehen wir gleich uns wieder doch mir einfach ich bin so doof ich bin ich hab den kopf nur zum haare schneiden wird meine mutter jetzt wieder sagen ich bin die ganze zeit bei meinem kabel internet wird aus meinem kabel modem ja einfach rauskommt weil da braucht man keine login credentials ja ich bin doch hier bei dsl ich bin natürlich bescheuert bei dsl brauche ich natürlich ppp oe und dann habe ich jetzt gerade mal eben natürlich schnell gemacht boah bin ich blöd also alles wieder rakete rückwärts man braucht hier im endeffekt natürlich nur auf das interface also auf das wlan was wir hier angelegt haben bin ich blöd da ppp oe out habe ich einfach in ppp oe sozusagen drauf gelegt auf das interface dsl und dann wlan 101 und im dial out ich hoffe jetzt da kommt kein passwort aber da steht man user der ist jetzt nicht so schlimm der ist mir jetzt egal musste man das im endeffekt nur eintragen und dann bekommt man auch ip league incoming bekommt man auch eine ip-adresse in der ganz normale öffentlich zugewiesen und über diese öffentliche ip-adresse gibt es dann natürlich auch ein ganz normales routing mit einer default gateway lösung und so weiter und so weiter testen können wir dann auf die schnelle mit einem ping habe ich eben schon mal gemacht da ping geht ganz normal raus damit internet jetzt auch funktioniert hätte ich eigentlich natt gebraucht jetzt ist die frage hatte ich das schon mal hier irgendwo drin eigentlich nicht das ist ja schön dass er das sogar von sich selber macht machen sollte man es auf jeden fall man sagt nämlich im endeffekt ein source nut man will ein maskerate haben auf das interface ppp oe out und fertig dann hat man nämlich die kennen das wir im internet wir natten halt eben durch die gegend so ist das ganz normal wir haben halt eben schließlich mit und nur unsere eine ipv4 oder oder dies leid oder was weiß ich war adresse und schon los geht's so wenn ich jetzt hier hingehen sollte und nicht um jetzt einfach mal zu sehen ob hier irgendwas rein kommt da sage ich jetzt einfach mal drop general sag einfach mal hier oben input rein kommen des interface in meinem falle ppp oe auto auch immer das out heißt und dann gucke ich doch jetzt ist da stopp stopp wenn ich das jetzt wenn ich jetzt mache ich dürfte die verbindung nicht verlieren weil ich komme über ein ganz anderes paket erwarte ich jetzt eigentlich in kürze und da kommt auch schon die ersten bösen pakete aus dem bösen internet und da kommen wir sehen was hier oben 156 bald kommen die ersten pakete jetzt quasi über meine internet verbindung von draußen irgendwie zu mir rein müsste man jetzt einfach mal gucken was das ist und was da kommt und genau da an der stelle will ich jetzt nicht jetzt ein video aufhören und mit euch nämlich jetzt richtig coole richtig coole sachen machen denn mit diesem firewall zeug kann man nämlich im router us so geile sachen machen sowas wie vielleicht hat er schon mal gehört port knocking oder sowas auch für mich war das neu ich musste auch erstmal hey ja okay ergibt sinn aber glaubt mir das ist cool also ich werde euch jetzt demnächst nächste video werde ich euch mal so ein bisschen zeigen was man damit geiles bauen kann port knocking unter anderem auch und was man für coole coole informationen einfach auslesen kann darum werde ich mich jetzt erstmal kümmern wird das video für euch fertig machen und ja dann sehen wir uns dann wieder also bis dahin macht's gut ciao